ok leute mal wieder eine runde no build weil ich bin besser in no build als standards gilt nein spaß aber wir müssen wieder in algorithmus kommen bisschen klicks machen und ich habe kassiert bei richtiger text viel besser also diesen modus tech beste waffe walla walla bieler ich schwer bei job auf jeden fall was ich sagen wollte ich bin no bild pro ich werde nächsten trio no bild cash cup earnings holen das werdet ihr sehen mit ansage und falls nur auf dem kanal seit lasst abo und like da für alle die jetzt in die kommentare schreiben ja ich dachte du spielst kein dings fort mehr ich habe nie gesagt dass ich kein fort der ist verloren der hallo der ist besessen ich habe nie gesagt dass ich kein fort mehr spiele ich habe nur gesagt ich werde nicht mehr fort und jeden tag grinden und versuchen pro player zu werden bei mir ist aufgefallen in no bild bin ich ja schon pro nein spaß aber auf jeden fall so ich finde no bild lach nicht die gar ich will ich will ist geiler modus lach wichtiger wenn keiner bruder ist auf jeden fall neben mir ich finde no bild ist ein richtig geiler modus schreibt ihnen die kommentare ob ich in no bild immer so auf 20 bombs gehen soll wenn ich so mehr zeit und erschrocken dreimal dürft ihr raten was passiert ist die aufnahme ist abgekackt aber jetzt gibt es noch paar nice runden enjoy it und wie gesagt vergisst nicht like und abo dazu lassen und wie gesagt Was ist das? Was ist das? BAM! Besser no build-spieler Wenn man meint, der ist besser Digger einfach der Beste Hä? Oh mein Gott hast du mich erschrocken Junge Was fährt er denn weiter? Falte doch Oh Gott Ja nervt mich Ja Digger Natürlich Mann Fucking Wölfe Was ist das für ein Spiel? Here we go Yeah Yeah Bisschen so frech Bisschen so frech Wir spielen hier no build Digger Bist du besessen? Der andere flammt hier mein Haus an Und denkt es ist 200 EQ Play Ist der hässlich Dann trotzdem hochklettern Dabei gerend auf dich So und dann läuft er weg Alle besessen Hallo du musst Was dagegen machen Nicht wegrennen Ich schwörs euch Alle besessen Und wo hat der Brie jetzt geschossen? Auf mich Ja und jetzt campen Hä? Herrlich ihr seid es Jungs Und jetzt wieder wegrennen Hä Digger? Wieso rennt der mit? Egal ich stelle keine Fragen mehr Wenn ihr wollt klauen Swiper nicht klauen Nein Ich sag's euch diese Waffe Und die Tag Boah wenn ich ne Tag sehe Ich nehme die direkt mit Das sind die schlimmsten Waffen Hier in diesem Modus Hier 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 Jetzt müssen wir mal Zeit für den Play Hier 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 Offiziell Aim-Bot? fragezeichen er läuft einfach weiter Oh, nice, yes. Ihr Fotzen, oh ja, Digga, teamt doch, ihr Fotzen. Ihr Fotzen, ihr könnt dieses Spiel eh nicht, ihr Fotzen.